Ella! Hey! Ich bin völlig kaputt! Was denn? Mal haben wir Spaß! Nicoles Mutter hat das Noah-Profil angelegt. Stella und Nicole haben es übernommen und dich damit fertig gemacht. Und so hat meine Mutter rausgefunden ist, dieser Schlampe mit meinem Vater fängt. Warum hat Lena mir das nicht gesagt? Wir waren doch beste Freundinnen. Stella und ich haben Lena dann so einen Typen von der Flirt-Page gekuppelt. Aber angefangen hat alles mit Judith Luckmann. Lena wurde bewusst getäuscht. Und ich hab ihm geholfen. Was? Ich hab gedacht, du hast mich verraten. Das haben sie mir erzählt. Das hast du geglaubt? Du scheiß Arschloch. Du Fickser! Das hast du geglaubt! Warum glaubst du denen? Du scheiß Pisser! Mann! Scheiße! Komm ... warming! Ich lass mich in der Wohnung klingeln! Sh marsch! Kannst du dich bei mir? Tsch! Wir haben bei der Polizei. Nikola hat alles erzählt. Mama? Hallo? 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 Nicole! Scheiße. Scheiße. Komm schon! Nicole! Mach auf! Mach auf! Nicole! Es tut mir leid. Es ist vorbei. Ja? Ganz ruhig atmen jetzt. Ja? 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 Tim? Komm! Halt! Geht's kommt! Lena! Bleib stehen! Lena! Lena! Uwe! Nuss! Drei! Nuss! Nuss! Was ist denn? Mann, ist doch völlig kaputt! Mann, ist doch völlig kaputt! Mann, ist doch völlig kaputt! Geist mich! Geist mich! Mama? Du, es geht mir gut, ja? Mama? Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich. 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 Diese Essen! You and me. 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 You and me.